Servus zusammen, Friday GSPRSoft. Ich bin zurück von der IWA und möchte euch ein bisschen was berichten. Ich bitte euch, schaut euch das Video, auch wenn es etwas länger wird, schaut euch das Video komplett an. Es wird für jeden von euch da draußen interessant. Leider muss ich die Zeit nutzen, um nicht euch IWA-Informationen zu präsentieren. Das machen wir alles jetzt. Das gehe ich jetzt alles an. Die wirkliche Arbeit geht eigentlich jetzt los. Bisschen IWA möchte ich aber doch anreißen. Vier Tage war ich jetzt dort komplett mit immer verschiedenen Kameramännern. Die haben alle zu tun. Ich habe das Glück und habe zurzeit ein bisschen Freiraum. Wir waren auf der IWA. Wir haben es geschafft. Wir sind mit unserem Namen dort gewesen. Wir haben das selber irgendwie auf die Beine gestellt, auf die IWA zu fahren. Wir haben kein Hotel bezahlt. Wir haben kein Geld bekommen, kein Geld genommen. Nichts. Wir haben das alles aus freien Stücken veranstaltet, um ganz einfach zwei Gründe zu erfüllen. Ich bzw. die Jungs, die ich mitgenommen habe, sind interessiert an der ganzen Geschichte hier, was Tarnung und Waffen angeht. Ganz einfach. Sonst würde es GSBR-Sauf nicht geben. Zweite Geschichte. Ich möchte euch da draußen und natürlich auch der Rest des Teams ermöglichen, euch ein bisschen was von der IWA zu zeigen, euch Eindrücke mitzunehmen und euch auch fragen, gibt es da interessante Sachen. Deswegen bin ich auf die IWA gefahren, habe mit Leuten geredet, mit wirklich vielen Leuten und habe versucht, irgendwas zu reißen, herauszufinden, um euch zu präsentieren. Der Grund dieses Videos wird eher ein Community-Grund sein. Ganz einfach. Man unterstellt uns natürlich, ganz klare Geschichte, wir werden eingekauft. Warum? Weil wir alles viel zu schön darstellen. Deswegen hat auch Yoros mal die P90 fast gegen die Wand geworfen, weil die doch so gut lief. Spaß beiseite. Ich kann euch das Ganze begründen, warum wir bei Begadi sind und das auch nicht verheimlichen. Begadi, da schreibe ich jetzt dem Benjamin, kann ich jetzt eine E-Mail schreiben, innerhalb einer Stunde bekomme ich eine Antwort. Also ist das für mich meine Fachperson, mein Ansprechpartner. Jeder, der irgendwo in irgendeinem Bereich aktiv, öffentlich tätig ist, wird sich irgendwann einen Fachhändler suchen. Wir sind kein Händler, wir sind kein Shop, wir machen das privat, mit unserer freien Zeit, unser Geld. Wir bekommen durch YouTube nicht so viel, bei weitem nicht, um das alles hier locker zu finanzieren. Das ist alles eigenes Geld, was hier reinfließt und das muss halt irgendwo anders zu kurz kommen. Bei Begadi kaufe ich, Yoros und auch mein Team vom KDO, kaufen da ein. Wir lassen da Geld da. GSPRsoft ist so entstanden, wir haben eigenes Geld investiert, um Waffen zu bekommen, diese zu testen und euch zu präsentieren. Es hat sich rein gar nichts geändert, nur dass wir jetzt die Waffen bekommen, testen, unsere objektive Meinung sagen, aber auch persönliche Meinung einfließen lassen, weil das macht GSPRsoft einfach auf. Lass ich alles objektiv dastehen, könnt ihr euch auch irgendeinen Bericht durchlesen und müsst euch nicht meine dummen Videos anschauen. Uns ist es wichtig, ganz einfache Geschichte, dass wir unseren persönlichen Charakter einfließen lassen und irgendwie scheint es ja auch zu funktionieren. Des Weiteren versuchen wir ja, mit der Community etwas zu starten, denn ohne die Community gäbe es kein Airsoft. Egal wer da draußen ein Hater ist oder sonst irgendwas im Feld, wenn ich an seiner Seite bin, ist er froh, dass wir eine Community sind untereinander mitspielen. Selbst alle Hater da draußen, ey, es interessiert uns nicht, wir werden unser Ding weiter durchziehen, weiter Airsoft-Spieler sein, weiter Filme erstellen und und und. Wir werden einfach weitermachen, scheißegal, was die Hater angeht. Wenn es eine Person da draußen, ja, wenn es du, du alleine schon unser Video anguckst, dann würde es weiter GSPRsoft geben. Ganz einfach, ohne irgendwelches Drum-Rum-Gelabere, welche Hater auch immer. Ich will das halt nur immer klarstellen, weil ich den Sinn von diesem Hate nicht ganz so verstehe. Mir geht das nicht im Kopf, da setzt sich jemand hin, investiert seine Zeit, um was zu präsentieren. Ich gebe auch generell keine Daumen nach unten, weil man das einfach nicht macht, außer Respekt schon allein gegenüber. Aber das ist halt so, in der Community sollen die Leute weitermachen. Wir ziehen unser Community-Projekt auf und ich kann nur ein paar Stichworte nennen, wer drauf Bock hat. Das ist der RipperCon. Ja, der ist ja auch nicht ganz so hier ohne. Darkie, die Airsoft-Event-Group und und und. Das sind jetzt nur die drei Namen, die mir spontan einfallen. Sogar diverse Hersteller, Orga, Schnipsel, Bier, Sauen, was weiß ich. Jeder hat da Bock drauf. Es wird ja auch irgendwo einen Grund haben, warum das so ist. Wir stellen uns hier nicht hin und reden über irgendwelche Leute schlecht. Warum auch? Ich habe das nicht nötig. Warum sollte ich das machen? Welcher Hintergrund ist dahinter, dass ich öffentlich mich hinstelle und über irgendwelche Leute rede? Sehe ich keinen Sinn dahinter? Und so ist das halt. Wie gesagt, ich nutze jetzt den Sonntagabend, um euch meine Meinung hier darzulassen. Bitte schaut euch das an. Bildet eure Meinung drüber. Wahrscheinlich habe ich auch irgendwas vergessen oder hätte irgendwas besser sagen können. Das ist mir aber jetzt auch. Das ist halt jetzt so, dass es live mehr oder weniger ungroß ungeschnitten meine Meinung unter der ganzen Thematik. Wer denkt, dass wir gekauft sind, ja, der braucht unsere Videos nicht angucken. So einfach ist es. GSBRsoft wird es weitergeben. Und natürlich auch. Wir machen weiter. Wir machen weiter unser Ding. Friday. Haut rein.